Wer darf zuerst aussuchen? Oh, zu zweit gegen drei. Das heißt, ich werde gleich mal alleine sein. Wie ihr seht, ich habe nur bis zu Watson die Auswahl, also wirklich wahrscheinlich nur Saison 1. Und wir werden wahrscheinlich total auf die Fresse bekommen, da wir zwei gegen drei allein schon spielen und ich keine Ahnung habe, was ich tue. Das heißt, es wird kein guter Anfang. Aber es wird ein Anfang, aber kein guter Anfang. Ist er besser als ich? Wow, wahrscheinlich. Das sind unsere Champions, ja. Also, nur zwei Jahre habe ich schon nicht mehr gespielt. Oh, wie kann ich Jump Meister weitergeben? Ich war da noch nie. Was gibt es denn da überhaupt? Ach du Scheiße. Und was für eine Mann? Wer ist Kings Canyon? Was hat er markiert? Was hat er markiert? Da unten war es. Okay. Was jetzt? Ich bin verwirrt. Wir werden auf die Fresse bekommen. Ja. Wir werden da da auf die Fresse bekommen. Dann hat man neben ihm. Dann hat man das mal was Gutes bekommen. Eine Rüstung mal. Muni. Waffen fehlen noch. Irgendwas von Waffen da. Waffen werden nicht schlecht. Eine Granate viel besser. Nein, ich werde einfach die Train Station entlang rennen. Run the other side of the street, I news. To the DMR that look like you. Guess it must be Deja Vu. Cause I thought it can't be true. You moved the west away. Hat er was markiert? Pusht er wo hin? Ich sollte wahrscheinlich nicht snipen. Nimm was du brauchst. Wingman. Danke für die Muni. Die Party hat schon angefangen. Wie markiere ich wenn in dem Spiel? Das sind Granaten. Und droppt. Du bist wirklich ein. Ich hab dich verrascht. Wow. Sobald sie oben bei uns sind, war's das mit uns wahrscheinlich. Oder sobald ich unten bin, war's das mit mir. Das war nicht gut. Dafür bin ich nicht ausgerüstet. Da kommt dererdings. Der hopft runter. Er hat die Nüsse. Sehr schön. so, was habe ich noch wer ist das da drüben, wer war ok, gehen wir rüber hopfen das kann ich noch, das ist gut wow wow, 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 wow ich weiß nicht mal mehr wie ich mir schilder gerne, wie kann ich mir schilder nein, das ist nicht ob das, da, da, ja da, benutzen es, sehr schön ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ja, das war klar das war klar ja, ich habe mal Gibraltar ausgewählt da ich gemerkt habe, dass ich sowieso noch ein bisschen langsam ins Spiel bin lasst du gleich mal was langsames spielen während die Kollegen schon mal auf Speed gehen der hat natürlich alles ja, Horizon habe ich sowieso noch nie gespielt werde ich wahrscheinlich auch gar nicht bin mit 73 Kills wahrscheinlich ja, ok vielleicht nicht der schlechteste, aber ja, wahrscheinlich doch der schlechteste ja, da hilft nichts zu verleugnen so ist es halt ach, ich muss nicht da suchen das ist schon mal was Gutes da war ich sogar schon mal oh, ich glaube ich werde es nicht mal spielen wenn es Kings Canyon wieder gibt nehmen sie mich mit ja, passt ich will nicht alleine springen nicht Rollen machen wenn du nicht mehr folgen glaube ich bin ein guter Soldat ich folge mal außer er hopft uns in die Lava rein ich hopf mal unten ins Gebäude und hoffe, dass ich was kriege was nicht zu viel Dreck ist wohl, dass genau mein Skill Level wäre hopp ich kann nicht durch Türen rennen wie in Warsan Hemlock damit kenne ich mich aus was auch immer das krass war damit kenne ich mich nicht aus wo ist mein Team bin ich alleine hier? nein, sind die da ich kriege mal ein Schild dann kann ich mithelfen kommen pfuh oder ich gehe nicht helfen oder ich sterben okay oh je oh, was Sinn, dass ich anfänger bin wieder huuuh ja, wir haben noch Apex Packs Apex Packs Packs Apex Packs zum Aufmachen wird irgendwelchen Müll wahrscheinlich drin den ich sowieso nicht benutze aber wir können ein Box Opening Clause machen uuhuuh genau deswegen spiele ich Apex damit ich kleine Boxen öffnen kann die mir Sachen geben die mich sowieso nicht interessieren aber hier sind wir huuh nevermind was haben wir was goldenes was ist das für eine Waffe habe ich noch nie benutzt schaut nicht gerade nach meins aus cool 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 weiter 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 der Season 1 Noob hat keine Zeit für Freezers die gerade passiert es hier in dem man vielleicht zieht aber auch nicht next one next one ich glaube 14 habe ich gehabt 14 Pakete ich weiß nicht von wo die her sind aber mit einem goldenen Item das total wert war hm oh ja irgendwas interessantes mal Jungs nein ich sollte mich nicht beschweren ich habe was goldenes bekommen das ich wahrscheinlich nicht benutzen werde uuuh ich glaube das war es mit den guten Sachen weiter weiter Loob habe ich auch nicht keine weiteren Charaktere außer die also was die Season 1 Watson uuuh was auch immer das ist das nennen wir uuuh das schaut cool aus optisch wäre dann sehr cool das ist schon mal was so was trinken bevor wir weiter gehen ganz wichtig bei diesen Spielen die Kisten noch zu öffnen ich weiß nicht mal was das für ein Charakter ist Valkyrie nie davon gehört raucht damit ja old doppelblau triplblau alles blau alles quadra alles sachen die ich nicht kenne Ja, ich schätze, ich werde zwei Teile aus der Apex-Erfahrung, die ich gesammelt habe, machen. Das war Teil 1, fertig. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.